So, wieder Liegestütztragen. Heute bringen wir noch ein bisschen den Bauch mit rein. Wir sind ja in der Planket-Challenge grundsätzlich, also brauchen wir die ganze Geschichte. Und wir kombinieren das heute mit einer Bauchübung unserer Liegestützung. Das heißt, ihr geht in den Liegestütz, die Jungs ganz normal hoch und runter und dann ist Knie anstrengend. Links, rechts und runter den Liegestütz. So bei einem Meter sieht das so aus. Wir gehen runter in den Liegestütz, hoch, nehmen dann die Knie hoch und ziehen an. Und gehen runter. Und versucht immer, wenn ihr hier seid, wirklich, wenn möglich, ihr könnt den Rücken extrem runden. Es geht sogar mit dem Knie, den Ellbogen, den gegenüberliegenden Berührern. Also haut euch nicht weg, bleibt kontrolliert, achten. Aber versucht so weit wie möglich hier rein zu gehen, dann haben wir gleich eine Dehnung. Und auch hier gehen. Versucht in einer Minute so viel wie möglich zu machen. Dann macht eine Minute Pause und das zieht also 5 bis 15 Durchgänge. Und dann habt ihr ordentlich gerne gehabt. Sportfrei, bis gleich.